So, Abschrankungen geladen. Liebe YouTube-Freunde, kaum angefangen, schon muss ich wieder aufhören. 9 Uhr, Kaffee-Time. So, zum Laufhof abstellen habe ich einen kleinen Plan, der mir sagt, welchen Pfosten ich wo montieren muss und welches Katter, welches Panel wo eingehängt werden muss. Wie đi! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, fast alles montiert, aber leider noch nicht alles, die Panels fehlen noch, aber es ist jetzt 4 Uhr, Zeit, T-Time Und heute Abend haben wir 45 Zuckerrübenfahrer, die essen bei uns im Keller Fondue Und da muss ich noch vorbereiten, es gibt dann Apero draussen, Glühwein, das muss noch alles bereit gemacht werden Jawohl, darum Feierabend begräumen und dann ab in den Keller So, der Treibgang, der steht Müssen dann noch die Panels hier ringsherum zusammengestellt werden Platz, dass der Platz abgeschlossen ist Zwei Raufen gezügelt Und dann ist mein Stahl bereit